ja liebe freunde heute ist das blabber ei dran sehen was uns jetzt vom modell überrascht welches in dem ei drin ist mir so eine banderola gipsen holland modell 1 der 60 wollen wir gucken einfach mal drin was drin ist muss aufreißen sagen wir drin einen vw golf mit der klappe sogar ohne ist nur angedeutet 1 der 60 müßle spartuspecht